So, und herzlich willkommen bei der nächsten Folge. Sehen leid's? Aha, mit der Arschgeigung von Paunau. Schwachstest du nicht? Geht's ab oder was? Ja. Ja, nur wenn du so ein schwaches Herz hast, passt mir das nicht gleich. Alter Freund, wofür schreckst du denn? Schau, da ist viel viel Taschenklumper zum durchschauen. Er tut natürlich hier nicht. Ja, ich will ja den Zipp noch nicht kennen. Haha, ich hab dich mit dir zogen getrottelt. Hm, Kapptap. Uh, ja. Woh, 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 woh. Kein Grund auf mich zu warten. Nein, warum auch? Du schießt das ja eh nach Weichheim, meine. Nein, ich hab jetzt extra auf die Ochstum geschalten, Alter. Kopf weg. Ich schalte extra auf die Ochstum. Weil du gesagt hast, das will ich lautlos vorgehen. Ich hab nur gesagt, zuhauen ist wesentlich effektiver, was du willst. Oh. Das ist ein Bildschirm. Alter, den hab ich auch da haben. Der hat den. So einen hab ich nicht mehr da haben. Ich hab schon da haben. Der steht irgendwo im Keller. Der schaut doch genau so aus. Der hat auch Reservebildschirm. Der hat auch Reservebildschirm. Aber so einen steht im Keller. Irgendwomal. Ey du, wenn wir den Bildschirm, äh, wenn wir die Dings... Ey, da ist ein Teddybär. Da ist ein Teddybär. Da liegt der Teddybär. Ich glaub, die haben da Schussübungen gemacht. Ah, jetzt... Ja, jetzt, wo ist das so erwähnt? Fällt's mir auch. Ernsthaft. Aber jetzt brauch ich mich eh nicht mehr beeilen, weil du hast ja Schuss entdeckt. War ja noch einer, war ja langweilig. Ja, da ist ja auch noch was. Ja, aber der Typ ist weg, meine ich. Hm, gibt's irgendwas? Sieh mir was langweilig. Na, da stehen wir da drauf. Da muss ja einen Motz oder so einen Scheiß geben. Scheiße. Dem zerstofft mich den nicht noch. Aber da ist was. Ja, Alkohol. Keine andere. Mull. Hm. Hätten wir spannen. Ah, Stromkabel da. Na, kann er nicht lernen. Vollmunition. Interessant. Hä? Hä? Ich kann nicht glauben, dass da keine Motz in der Gegend umflieren wäre. Wahrscheinlich gibt's irgendwo an, dass wir haben die übersenkt. Keine Spur von Sarah, das Gebäude scheint verlassen zu sein. Wurf, wurf. Es gibt eine unterirdische Ebene, vielleicht ist er dort. Hä? Da kommt die unterirdische Ebene, vielleicht ist er da. Hä? Hast du das da auch gesehen? Ja. Ich weiß nicht, wo es das war, aber ich hab's genommen, da, in dem Regal da drin. Das Grüne. Das andere ist Pistolenmunition, da drüben liegt auch noch einer, aber bei mir ist Pistolenmunition voll. Ich will vielleicht droh, dass ich keine Pistole habe. Ich glaube, ich habe auch noch, aber ich benutze es nicht. Ah, das ist deine Job, das mache ich nicht. Ich bin noch nicht fertig, da ist auch was. Ducktape. Nein, Kosmetiker. Schick ist immer gut. Mähwurtmesser ist ja hinten auch was. Was der Becken gerade gesagt hat. Äh, ja, wir müssen oben gehen oder so weiter. Das ist das Ding, wir müssen auch durch. So, was haben wir da? Ja, bisschen Geld. So, was ist da für eine Mietung aufmachen? Oh, da ist Maschinengewehr. Brauchst du Maschinengewehr? Uh, deutsche Pistole nehmen wir mal mit. Stromkabel nehmen wir mal mit. Ich habe Gewehrmunition voll. Oh, Polizeigewehr, Polizeigewehr. Da ist ein Pistole. Nein. Kann man die eigentlich? Oh nein, die braucht nicht. Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal. Dann schaut ihr, ob sie es braucht. Äh, 185, 75. Ja. 185, 75. Nein. Nein. Und dann schaut ihr die nochmal an. Dann wird ihr eh auch gesagt, ob es besser oder schlechter ist. Erst eins. Nein, ich habe sie auch schon mitgenommen, weil ich sie gut verchecken kann. Kann ich ja lösen. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich bin ja hinten im Badezimmer. Geh hier. Jetzt randaliert er wieder so. Äh, achso. Nein. Ich habe ihn noch nicht aufgenommen. Da war ich noch nicht drin. Was ist das für ein Klo, Alter? Geh da mal wieder. Ich habe nur vier Dietrich hier. Fünf Dietrich hier. Ich glaube, die Dietrich hier habe ich auch. Oder rauszuschmeißen. Oh, Dietrich, 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 Dietrich. Ein Taschal, ein Kukurimisser, keine Ahnung. Ein Kosmeticer, die Blüten. Ja, Dietrich, einen habe ich noch. Ja. Ja. Wow. Sieht doch. Ah. Ich müsste mal mehr Waffen verkaufen einmal wieder. Ja, jetzt rein. Ja, ich bin ja drin. Ja, ich bin ja drin. Ich bin ja mit meinem Quarum, nachdem jetzt mein Ding... mein Ding läuft. Ja, das ist schon eher ein Bildschirm. Nein, mein Ding. Wo hier. Da wo No Signal steht. Ja, das bist du gewohnt. Du hast auch nie ein Signal. Ja, 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 ja. Das ist ein Bildschirm von der Marke FTW. Wow. Oh, Koffer. Geht nicht auf. Oh, Koffer. Oh, Koffer. Okay, komm. 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 Sag dir jetzt, wie du bist. Nein. Bist du billiger. Ja, du... Kann ich mit dem Quarum, wie? Ja, ich bin ja mit dem Quarum. Ja, ich bin ja mit dem Quarum. Ich bin ja mit dem Quarum. Deswegen bin ich mit dem Omrod. Mach die Kalle. Und das kann mehr werden. Juhu. Ich hab den auch geschlossen. Nochmal. 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 Ich glaube, irgendwie war es bei zwei nicht geblieben. Ja, da hinten geht man eh schon weg. Aber für Schüsse kriegst du so wenig Kampferfahrung. Das ist der Wahnsinn, ja. Ah, danke. Hab nur was vor. Ne, tschau. Hallo? Ne. Du, der liegt schon länger am Boden dann. Hä? Äh... Jetzt müssen wir die ganze Zeit Dings noch durchsuchen, halt. Die ganze Area. Weil... Ich geh mal da rum. Ja, der zückt dich, was wir mit Freunden sind. Der kann da ein bisschen warten. Ja, ja. Das haben wir ja gar nicht. Schau, da gibt es Gewehrmunition. Ich bin voll. Stolenmunition gibt es auch. Aber du kriegst zu wenig Kampferfahrung. Das ist halt ein bisschen nervig an dem Quarum. Ja, okay. Aber da war es vielleicht sogar gescheiter, dass wir mit dem Dings durchfahren haben. Ja, das ist ein Steaming-Karber. Da hätten es noch so viele Medi-Packs, aber auch 24, gell. Ach, der 40. So, was haben wir da drin? Ah, eine Klinge. Gut, schaut das auch. Batterien. Gewehrmunition. Oder die Action-Musi. Und voll gar keine Action mehr. Ja, die können ja nicht richtig das wieder durchrushen. Hey, da drinnen ist was, gell? Ja. Oder was anderes tun? Ja, ich weiß, der wird gerade aufmachen. Kein Stress. Schau, Kaffee. Alter, die haben alle schlechterig war wie in dieser Ds. Ja, cool. Ja, die schöne Weltgeschichte am Dingeln. Ja, ich habe ja gesagt, ich gehe dieses Areal zurück und schaue noch mal. Ja, ich bin ja schon wieder da. Oh, Schlossknacken, schwer. Da kommt das Schlossknacken. Warum nehmen wir nicht ein feuerer Auto von ihr nach? Uhuh, aufgerückt. Ich bin auch niedrig. Ich bin gut. Uhuh, eine Klinge und eine Tasche ausgezeichnet. Cool. Oh, das ist ein Schlinge. Bin ich wohl. Es ist ja leer weg. Das auch mal rausgekommen, ja. Ah, da ist es ja. Noch ein bisschen, alles weg. Nein. Ich schaue bei dir drüben. Weil ich habe kein Vertrauen in dich. Ich habe kein Vertrauen mehr in dich, weil du auch schon wieder 700 Kisten gesehen hast. Ich tue ja nicht jede Kiste Nuten, für was denn? Dass ich mehr als 22.000 Augen der Kanten habe. Also ja, ich gehe auch noch auf. Wer ist da? Wer sind Sie? Ruhig Doktor, ich bin's, Crane. Gott sei Dank. Hi Doktor. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ok. Ihnen passiert nichts Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg und sprechen Sie leiser. Kopfschuss. Hey, das ist nicht ein neues Auto. Aber verstehen Sie, meine Daten. Doktor Cameron braucht. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen. Aber sie war gerade zur Stelle. Und da ist eigentlich... Oh, sieht aus. Doktor. Oh oh. 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 Ein Zeit, Jungs. Eine Prise falscher Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse. Yes. Ein Zeit. Spürt den Skorpion auf mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Oh. Zeig auf. Nein. Sie schießen. Ich sage Ihnen nichts. Von mir erfahren Sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, Sie zum Reden zu bringen. Sondern darum, Sie von der Flucht abzuhalten. Ok. Ein sardistisches Arschloch, er ist ein alter Mann. Kümmert euch um sein Knie. Das ist so ein Schenkel. O. Die fände das jetzt nicht mehr. Was ich mir aus meiner Weiler tagge? Ich auch nicht. Na, die ist mir urscht. Ich muss noch mehr an mit dem Schenkel. Gott sei Dank sind die Ladene'se grenzen immer so voll, dass Sie die ganzen Texte wirklich bekommen. Ja, da brauchen wir langsam eine RPC. Was ist da los? Was sind wir? Oh Mist. Doktor. Du schleißt dich ein, wie eine Schlange im Gras. Crane, in einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen? Ja logisch. Du sagst schon, du Hund! Kontrollverlust, eine typisch amerikanische Eigenschaft. Aha! Nicht übel. Bist du auch, ne? Komm ich auch. Ja mit der Woffen, Alter. Mach's auch nicht Woffen. Bist du denn du für ein Fächer, Alter? Bist du die Leidenschaft, die Leichen weg? Ja, weiss. Jetzt will das haben, dass wir schlagen. Aber der liegt ja auch gar nix durch. Das ist übrigens wahrscheinlich wurscht, dass ich alle ein bisschen in einen alten Typ reingekommen habe. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, dass er das dran ist. Ein bisschen. Ja, Alter. Warum liegen wir immer noch da? Ja, sie haben wir den Kopf verlassen. Aber warum? Ja, wir schauen zu uns. Ja, das weiß ich doch nicht. Warum stehen da überall Leute? Und warum sind wir in einem eingekerkerten Gebiet, Alter? Hallo? Und warum? Oh oh, hinter dir. Wow! Äh, äh, äh. Da ist ein Gasrohr. Komm her. Ja. 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 Wollt er nix zu werfen? Nein. Ja. Ey, Burschen. Uhuhu. Ich verpursche ihn mal. Hey. Na, wo stehst du um? Äh. Ah. Ah, schau oder so. Selbstgebaute Wurfmester. Sehr geil. Hey. Wenn ich die der Wieschen kriege, zwei Punkte. Boah. 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 Ey, wo bist'n du? Was hast'n du da so? Schmeißt Gaskanister durch die Gegend. Wo findest du Gaskanister? Ja. Oh, bringt's ja nun nix, wenn's die auf den Wieschen gut geschmeißt. Ah, wie geht's denn? Oh. Oh, was haben wir denn da? Oh. Hast du nur zu viel gewisse Gaskanister bei dir in der Nähe? Äh. Nö, zufällig weiß ich nicht. Dann such mal einen Gaskanister. Ich hab doch nicht mehr keine Idee. Ja, ich bin ja schon auf der Suche, alter. Vielleicht da hinten, da war ich noch nicht bis jetzt. Aber ich schau ziemlich low auf so. Scheiße, ich war ja nicht mit dem Gaskanister. Wo? Ich darf nie mehr. Ich dachte. Ah, ich hab' ne super andere Idee. Hopp! Und raus, da. Da. Oh, ist da ein Wieschen? Oh, voll vorweil geschossen, Alter. Das war ja wies. Alter! Da. Da muss ich ja mehr aufpassen. Oh. 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 Oh, looks a little. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh. Oh! Oh. fliegen, du dumme, dumme in die Richtung komm, ja, doch, ich mach die alle Aua, so, voll Halleluja Zack Schreckt mich nicht Und da ist ich Schreckt mich No, 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 wo ist das? No, no, im Container sind wir gekommen Komm her, doch Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Da Oh Na, du schaust mir ein ein erster der kumotung noch nicht nur das gleiche zu wenig für eine lebende das leben Fick dich. Geh her und zeig aus wie eine Leiche ist. Ja, wir haben eine Wenigkeitstufe erreicht. Und jetzt weiter? Ja, keine Ahnung. Hier müssen wir die Machete auf. Ah, da vorne ist die Machete. Okay. Gute Machete. Nette Machete. Hm, hier geht es leichter. Ja, was kommt jetzt? Wieder Zombies wahrscheinlich. Zombies. Hülle aber! Er ist doch. Ach du Scheiße. Ach, ach, ach. Hey, schlopfen. Komm her doch. Au, 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 au. Hat er dir gewischt? Ja, ich habe ihn nicht überlegen. Siehst du da die Staffeln überall? Ja. Bist du der gleiche Meinung wie? Ja. Gute Idee, ja. Ja. Ja, Lücken zu mir. Hast du recht? Ja, ich bin ja gerade dabei. Gebe auf. Ja. 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 Ja, ja. Ja. aber eben ich hab das gesagt nicht haha ja, das ist am ersten mal leid aber die liegt haha ja, du wärst jetzt zu zubau hey, jetzt legst dich hey schnappe da drüben komm mal wo kommt der hinter mir schon wieder her hey, geh her wow der läuft hier rein da ist ein tepper der schnelle unterwegs ja, ne, ein tepper der schnelle der ist ein f***er maler weniger wow au wo ist das hin und geh her pass auf da nehm du Sack komm zu mir dann können wir besser beten bleiben da nehm du Sack ey, du Sackgesicht weg jetzt musst du mir aufhelfen jetzt war es aber nicht ah, ich bin unterwegs jetzt halt leider mir eine gute Steine entnommen ah danke hey, schau da guckst du haha oh komm her da zu mir komm her da zu mir komm her da zu mir ja, daneben ja, daneben würde ich mir sagen ja danke ich guck nochmal hey stricher komm 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 lauf zu Daddy lauf zu Daddy lauf da ja, da steh hä, lauf zu Daddy da her oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja 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 putzi 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 ah 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 ja ah ja 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 ich würde mich nicht um dich sagen Crane Na hast du Überraschung? Na ja das haben wir auch mal schauen habt ihr Ziel so du bist doch Meli Krill Supplies na geil wer kennt deine Fähigkeiten mittlerweile der Diary sucht seine Agenten gut aus oh scheiße sind die Plattform sind die Plattform ja komm her zu mir weg mit der Waffe ne okay gekonnt Chaos Crane die einzig wahre Ordnung der Dinge etwas anderes zu behaupten ist pure Toerheit darf ich das demonstrieren was haben hörst du mich laut und deutlich veröffentliche die Datei sofort Boss und fertig du bist doch irre du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt das kommt von deinem bescheuerten Chaos du weißt gar nicht was die Datei enthält oder genau das dachte ich mir der Diary will den Virus waffenfähig machen nicht ausmerzen Menschen wegen interessieren sie nicht nur der Profit du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt und dich zur Marionette machen lassen armselig das wärs erledigt ihn ihr seid jawohl jawohl und jetzt auf ihrem jawohl los mit Tue ihn morgen töten ihn morgen töten oh oh retten sie die Leute sie haben das alles nicht verdient Dürer wer mit der Fackle Nacken Respekt der Mund ist ja eine Wüte oder wartet ihr Schweine noch er schießt ihn auf Wiedersehen Tata ah ok so gehts auch na dann wir pushen Lauf Alter du stehst ungefähr 100 Meter vor mir wer ist denn jetzt schon wieder keine Ahnung wow o ja 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 schlecht au ups diebeg war doch gestürzt aua hier ist noch eine Verdachtung Oh, das ist eng. Gott, ne. Mist. Oh, Gott. Alter, du bist viel lang. Aua. Aua, wo man in der Tür ist. Seit dir ein Festen brauchen wir. Aua, Aua. Wo? 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 Autsch! Und jetzt haben wir noch agressiert. Super, wo geht's hier noch? Super, jetzt hat er die Ausgaben wieder schnell geagressiert. Alter, ich möchte mal ein Zeigdruck. Da hätte ich den coolen Haken. Vielleicht war das nicht da, wo wir uns gefangen haben. Keine Ahnung. Super, um 25 Meter hab ich's verloren. Und jetzt sind wir nicht. Wir kommen wieder auf hier. Ja, wo auf? Wo bist du? Also. Also. Warten wir noch mehr? Hallo! Na, auch schon da. Ja. Ich bin ein bisschen voll Schopo. Aber wir haben jetzt eh schon überlegt. Also. So, dass wir die Ladesequenzen durchlaufen. Und dann verabschieden wir uns eh schon. Ist durchgelaufen. Kleiner Anfall. Zwischendurch. Kleinen Bus auf, oder? Ja, Bus auf. Dann. Denken wir uns in der nächsten Folge wieder. Wieder ein paar ab. Alles klar. Dann. Tschüss, tschüss.